Wir haben uns noch im Stream darüber geredet und da sind die köstlichen Süßkartoffeln. Wie bereitest du die nochmal zu, Omi? Panilmehl mit Zucker mischen, so drei Schnauze und dann die Pellkartoffeln, möglichst noch warm da rein, weil sie dann das gut aufnehmen und dann in die Pfanne. Vertraut mir, die sind köstlich, sehr köstlich. Oh, ist ja ganz heiß. Da ist ein. Ich habe einen. Ah, oh, köstlich. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. so neuer shop bringt auch neue technische eigenschaften mit sich das seid ihr gerade die in deutschland oder auch in england sogar im shop gerade am shoppen sind beziehungsweise darauf warten dass um 18 uhr das schild online geht das sind die leute die insgesamt auf der website waren und das sind die leute die aktuell gerade warten umsatz jetzt noch nicht so stabil aber das liegt ja auch daran dass noch nichts am start ist ganz cool oder richtig cooles extra 18 uhr geht's los hoffe ihr habt euer passwort für den shop dann am start ansonsten schnell noch registriert dann kriegt ihr euer passwort welcher wichser von euch ist gerade in spanien und bei mir auf dem shop alter ich will auch in spanien sein dass der das hier oben was man ist so das ist finland glaubst du finland da wäre ich jetzt auch gerne so wir haben es gleich 18 uhr die seite rast aber dieses andere rasen digga 18 uhr viel spaß let's go digga